So passend zum neuen Part kam jetzt das Star Wars Spiel mit euer Donk raus. Hätten wir es bloß nicht gemacht. Naja, gut, okay. Es war kein Hammerspiel. Wir lassen jetzt mal ein bisschen forschen. Und zwar einmal Tanz und einmal Rennsport. Und sie schicken mir in der Zeit in den Urlaub. Danach können wir vielleicht nochmal mal was schicken. Und ja, gut, wir reden mal nicht weiter. Eigentlich ist es mir zu peinlich mit Star Wars Sicht dorthin zu stellen. Es ist ja 6000 Fans, das ist ja gar nichts. So, Rennsport wurde erforscht. Jetzt können wir natürlich aber auch mal Surround machen. Hier mal ein bisschen weiter runter gehen. Damit wir hier mal ein bisschen mehr, das wird zwar teuer, aber vielleicht werden so die Sachen, ja, allgemein so ein bisschen besser verkauft. Ich weiß es nicht. So, Surround System ist jetzt fertig. Und der Mod Support. Jetzt könnten wir natürlich uns schon die eigenen, ja, komm, wir erstellen uns die eigenen Engine. Und zwar ist es, ähm, das wird die teuerste Engine, da wir jetzt den Stereo und den Surround Sound reinmachen. Und die 3D V1 und die V2. Abvorher bin ich gerade bescheuert. So, jetzt haben wir kaum noch Forschungspunkte, aber ich entwickle wunderschöne Sachen. So, in drei Monaten ist das Geld völlig. Ich glaube, das ist kein Problem mehr für uns. So, wir haben gerade gesehen, hier sind zwei Sachen schon mal fertig. Und wir sind fertig mit der V3. Jetzt können wir uns noch eine eigene Engine erstellen, die richtig teuer wird. Ja, und hier so gut wie alles rein. Die Sache ist dahinter, steckt jetzt dahinter, dass wenn wir mal sehr wenig Sachen, Geld haben, können wir uns aussuchen, wollen wir ein Spiel mit sehr teurer Grafik haben oder mit einer billigeren Grafik. Oder ist es jetzt, dass wir viel Geld haben, wie im Moment, und da können wir mal ein starkes Spiel rausbringen. So, da wurde uns das Geld von der Bank eingezogen. Wir haben trotzdem noch 2,8 Millionen. Das ist schon okay. Und jetzt können wir uns noch mal ein Hardcore-Spiel raushauen. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir ein Rennsportspiel. Jetzt wollen wir es freigeschalten haben. 50K-Spiel-Engine haben wir jetzt investiert. Wir haben wieder einen Erfolg freigeschalten. Schön. Jetzt habe ich das nie genannt. Mist. Na ja, gut, dann machen wir trotzdem ein neues Spiel. Und zwar Spiel-Engine 4. Das ist für alle, es soll ein, wir machen ein mittleres Spiel, weil ich hoffe mal, dass die besser rauskommen. Wir machen 1.000, ja, es wird so teuer, das Spiel. Ich hoffe mal, es wird was. Wir machen aber dafür eine kleine Werbung dafür. Und jetzt geht's los. Wir werden zwar jetzt schon gut gefordert, dadurch, dass keine Story und keine Quest jetzt erforderlich ist. Aber ich hoffe mal, wir kriegen das trotzdem so ordentlich hin. Es ist eben ein sehr, sehr teures Spiel, was jetzt herauskommt. Wir müssen natürlich auf Level-Design gehen. Das muss, darf nicht anders sein. Und jetzt setzen wir sie hier hin und sie hier hin. Weil Dialoge werden weniger gebraucht. Und die künstliche Intelligenz wird aber gebraucht in einem Simulationsspiel. Die K.I. soll verbessert sein in dem Rennsport. So, der Gamelink wird auch nicht verbessert. Das war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Selbst wenn es im echten Leben diese Konsole nicht geben würde, aber man kann das auch nicht anders sagen. So, jetzt kommt die große Frage. Würde ich sagen, wir gehen hier hin, sie hier hin und sie hier hin. Mit einem Stereo-Sound so rein und die Rennsimulation braucht einen Tag-Nacht-Zyklus. Wäre, glaube ich, gut. Und kein Open Vault, weil das bringt, glaube ich, überhaupt nichts. Okay, Wumbler Oil Limit von Nigeria. Soll 2,5 Millionen in uns investieren, aber dafür soll es immer 120.000 geben. Und ich würde mal sagen, wir lehnen mal ab. Wir lehnen mal ab. Ich habe nämlich Angst, dass es doch auch wieder so ein Fake-Ding ist. Wir können uns zwar das ein bisschen leisten, ist aber trotzdem so die Sache, wenn es ein Fake ist, ist es ein Fake. Und das sollte es am besten nicht sein. So, Janika hat wieder mal einen Level-Ausstieg erhalten. Wie viel bekommt sie jetzt? Ach, 42.000. Ach, ja, ist ja kein Problem. Synchronsprecher. So, R1, komm, gib mir die Punkte. 6, 7, 7, das gefällt mir schon relativ. Und wir können jetzt mal einen Arbeitsauftrag nochmal finden. In drei Wochen 6, 12. Ich glaube, das wird uns doch schon, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, das war kein Problem, das war mir schon klar. R1 hat keinen Riesen-Umsatz jetzt gemacht. Und es ist ein Opfer gewesen. Es war sehr schlecht. Und das sieht sehr gut aus für uns. So, wir entwickeln mal ein neues Spiel mit der stärksten Grafik natürlich. Warum ich das mache, werdet ihr gleich sehen. Einige können sich bestimmt schon denken, wenn ich schon so drum herum rede. Und relativ brauchen wir hier alles, Spiel-Tutorial eigentlich auch, weil, ich glaube, jeder würde sich über ein Spiel-Tutorial freuen, was er im Spiel bekommt. Aber die Zeit läuft ab. Komm, wir brauchen Hype. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. R1 ist zwar schon draußen, aber es scheint nicht gut zu kommen. 125.000 ist noch nicht so viel. Das ist so ein Problem darunter. Ich hoffe mal trotzdem, wir erreichen ein paar Fans darunter. Der Hype geht ganz schön nach oben. Also irgendwie scheint doch was gut gewesen zu sein. Und hier auch nochmal die Entwicklungsphase rausbringen. So, Spiel ist fertig. Neuer Rekord auf beide Sachen. Hype 71. Das darf doch nur was Gutes bedeuten. Bitteschön. Wir machen sofort, machen wir neue Spiele entwickeln. Obwohl, wir machen mal was ganz anderes. Wir lassen jetzt alle trainieren. Sie bekommt noch, äh, was bekommt sie? Ach, sie bekommt nochmal den Pixel Cup. Ja, so sieht man das doch gerne. So, wir lassen sie auch nochmal ein bisschen trainieren. Wie sieht es denn aus? Sie kann auch nochmal einen Pixel Cup bekommen. Und was trainieren wir persönlich? Wir trainieren uns am besten auch nochmal ein bisschen den Pixel Cup. Hauen mal ein bisschen Geld für die ganze Firma jetzt raus. Wird doch schon gut sein. So, R1 wurde vom Markt genommen. Naja, gut. Solange wir so auf der 3 Millionen Höhe, glaube ich, hängen, ist es doch schon relativ gut, was wir an Geld haben. Okay, es kam gerade irgendwie eine Nachricht rein. Hier hat wohl jemand was geschrieben. Und das Spiel soll angeblich so gut sein, dass man aufhören soll zu lesen und anfangen soll zu spielen. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt, was der jetzt rausgebracht hat. Und da kam der GS raus. Ich glaube, für den holen wir uns aber auch, äh, sicherlich die Lizenz. Weemo hat heute was rausgebracht. Wir müssen auch mal wirklich mal auf neue Konsolen gehen. Vielleicht ist es der Trick dabei. Wir gehen einfach mal auf die M-Box mit der Spiel-Engine 3 in Mode-Spiel namens Fire. Es soll für Kinder größtenteils gemacht werden, mit einer 3D-Grafik V3. Charakterentwicklung soll mit reingebaut werden. Und heute wurde die neue Plattform rausgebracht. Okay, das sieht auch so okay aus. Und da können wir dann nämlich für den, äh, GS machen. 1,5 Millionen eingenommen. Abenteuer hätte man bauen müssen, stimmt's. Tag-Nacht-Zyklus habe ich jetzt mal rausgemacht, weil das bringt uns ja nicht so viel, den Tag-Nacht-Zyklus. Bitte? Das war ein bisschen Fehlgeld, was heute monatlich raus muss, oder? So, neuer Rekord. Ich hoffe mal, das Spiel kommt auch gut an. Sie bekommt auch noch einen Level-Ausstieg. Scheibenkleister. Also es wird relativ teuer jetzt auf einmal. Aber wenn man dauerhaft gutes Spiel rausbringt, dürfte es eigentlich kein Problem sein, schnell mal 100.000 zu verdienen. Naja, gute Bewertung. Wir gucken mal schnell, was eigentlich, ähm, die Spiele-Historie sagt, was wir so im Durchschnitt einnehmen. Wir nehmen 1,3 ein, 1,3, 65.000 für ein schlechtes Spiel. Hier haben wir Verlust gemacht. Also wenn wir ein ordentliches Spiel rausbringen, haben wir schon 325.000 plus. Oder sind schon die Arbeitskosten raus. Und dann kommt noch die 1.000.000 pro Monat, die wir minus machen. Also dürfen wir eigentlich sagen, wir dürften noch im Moment plus machen. Sie ist immer schon mal in den Urlaub. In der Zeit bekommt sie ein Training von Coachem. Und wir forschen einfach vielleicht mal nach, was vielleicht? Gibt es da was? Gibt es da was Besonderes? Naja, so unbedingt gerade nicht. Wir werden vielleicht jetzt mal auch nochmal trainieren. gehen auf den Investitions. Alter, da kamen jetzt die Punkte angeflogen bei Forschung dauerhaft. Da konnte man gar nicht hinterher sehen. Das ging ja ab wie Schmidskatze. Aber wir wissen ja, das Leben besteht nicht nur aus Spaß. Deswegen machen wir nochmal ein Sportspiel. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen. Hier zum Beispiel der GS, auf den wir jetzt eigentlich gehen wollten. Ich glaube, für den hören wir uns jetzt. Wir machen jetzt einfach mal ein Sportspiel für den GS. Und zwar ist es einfach Gold DS und wir werden die V3-Grafik hier reinbauen. Das führe ich auch mal mich hier irgendwo rein technisch natürlich die Engine natürlich. Gameplay werden wir mal sie reinhauen und das seien hier. Also Story Quest und wir haben das mal so raus mit 130.000 Entwickler Kosten. Ich hoffe mal, solange das Spiel eigentlich uns Geld einbringt. Brauche ich hier mir keine Sorgen machen. Wir gucken uns jetzt mal Spiel-History rein. Das letzte Spiel hat uns 256 eingenommen. Dazu müssen wir aber auch sehen, in der Zeit läuft ja auch Dings ab. Der Monat. Und da kommen ja auch die Kosten dazu. Künstliche Intelligenz. Ich glaube mal, das ist schon gut, dass ich da sie reinsetzen mit einer Technik von 174. Da haben wir doch schon ganz schön Geld in sie rein investiert. Jetzt die letzte Sache. Spielwelten Design. Grafik kommt sie nochmal rein. Obwohl, ja, und Sound hole ich sie rein. Punktemäßige Verteilung geht schon einigermaßen. Hätte man sich vielleicht ein kleines bisschen mehr erwartet. Okay, wir können Solar Reflektoren anbauen und erhalten 50% in Kosten Zuschuss. Ich würde mal sagen, wir akzeptieren das Angebot mal. Sie werden jetzt mal die Saison Kollektoren anbringen. Ich glaube, das war kein Fake. weil, ja, ich hoffe, das ist einfach mal Marketing. Wir werden hier nochmal was raushauen. Wir werden einfach nochmal in einer kleinen Zeitschrift werben. Wir werden natürlich aber auch mal, nochmal so eine große Werbung wird natürlich auch noch kommen, aber jetzt gerade nicht. Und die G3 ist dran. Ich würde mal sagen, wir warten dann nochmal die G3 ab und danach gehen wir Ben mit dem Part. Oh, monatlich kosten 101.000 aber wir haben die Kollektoren angebaut und wir bringen das Spiel raus mit sehr, sehr guten Punkte Bewertung und ein Hype von 10.000 Ich hoffe, das bringt uns noch was. Wir werden natürlich noch ein Spiel schnell machen vor der G3. So wieder mal mittleres Spiel. Goal. 7, 6, 6, 6, naja, okay, bin ich relativ zufrieden in dem Spiel. Solange es eigentlich uns Geld einbringt, geht es schon. Ach, hier ist ja noch alles eingebaut, wir können natürlich jetzt was ändern, aber ich würde mal sagen, so ist es relativ noch okay, dass wir das so lassen. Die PPS wurde jetzt veröffentlicht und wir haben jetzt den mittleren Stand mit Goals und R2 und R2 ich hoffe mal das bringt jetzt was da Goals raus ist Goals DS muss man sagen 136.000 nicht viel das lassen wir auch so und dann würde ich sagen wenn euch der ganze Part gefallen hat gibt dann noch oben wenn nicht einen Daumen nach unten schreibt mir in die Kommentare ob ihr natürlich mehr von GameDash Tycoon sehen möchtet oder nicht denn wir haben bald die 10 erreicht ab dann sage ich okay mir ist relativ egal ob wir jetzt weitermachen oder auch nicht und 10 ist so Minimum was ich gesagt habe von Sachen wo man mal reingucken Simulationsspiele haben einen klaren Trend gerade das sieht auch gut aus für uns und dann bis und nichts mal sagt wir warten noch hier kurz ab und nichts war sie mehr die Bewertung von Aue Yes